Liebe Mitarbeiter, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Partner, wir freuen uns, dass langsam erste Signale es geben wird, dass es wieder losgeht. Und, damit Sie auch sehen, wie wir damit umgehen, Hygiene ist ganz, ganz wichtig, aber ich glaube, weil wir jetzt in einem genügenden Abstand da sind, keiner um uns herum ist, kann ich mir erlauben, die Maske erst schon mal abzunehmen. Dann versteht ihr und Sie mich auch besser. Es geht los, wir freuen uns, dass die Landesregierung uns die Chance gegeben hat, mit einer Roadmap, mit einem Zeitplan, dass wir mit den Gastronomien jetzt ab dem 9. anfangen können, dass der Einzelhandel, die Friseure schon angefangen hat, man sieht, ich habe die Gelegenheit beim Friseur schon genutzt, dass wir ab dem 18. vorsichtig mit der Hotellerie und den Fährenwohnungen wieder beginnen können. Vorsichtig heißt, nur mit Gästen aus Mecklenburg-Vorpommern. Für uns bedeutet das, dass wir nur mit einem einzigen Objekt an den Markt gehen, aber die Zeit nutzen, bis zum 25.05., wo wir mit den anderen Häusern an den Markt gehen, für alle Gäste aus der Bundesrepublik, dass wir bis dahin weiter üben. Üben, um unsere Standards, denn die sind ganz, ganz wichtig, gerade im hygienischen Bereich, weiter umzusetzen, weiter zu verfestigen. Die guten Nachrichten sind, auch die Bitscheria ist wieder offen, Fritsche Pista, Sanate und Pasta werden angeboten. Wir gehen natürlich in Heringsdorf mit unserem Brauhaus wieder am Start und in Ahlbeck werden wir auch mit der Brasserie beginnen, sodass wir die ersten Erfahrungen dort sammeln können. Wichtig aber, nutzen wir die Chance, gemeinsam in unserem tollen Team wieder für Gäste arbeiten zu dürfen. Bitte vergesst aber nicht eins, es ist wie ein zärtliches Pflänzlein, was wir gerade gesetzt bekommen. Wir müssen sehen, dass sie diese Pflanze wirklich behutsam betreuen, denn wenn uns die Hygiene aus dem Ufer läuft, aus dem Rahmen läuft, kann es passieren, dass es zu erhöhten Infektionszahlen gibt, die unter Umständen sehr negative Konsequenzen für die gesamte Branche, beispielsweise auch für unsere Insel, haben würden. Darum achtet darauf, dass wir als Team, dass eure Kollegen in der Mannschaft immer sorgfältig mit dem Mundschutz, sorgfältig nach den Standards arbeiten, informiert die Gäste, macht die Gänste auch schön sensibel für diese Zusammenhänge und wichtig, achtet auch draußen, beispielsweise auf den Promenaden an dem Stränden im öffentlichen Bereich, kommuniziert positiv und sagt, ach, würden sie freundlicherweise doch diese Maske aufsetzen. Auch wenn die Regierung uns diese Chance gibt, wir tragen alle dafür in der Verantwortung, dass es für uns, das heißt für unser gesamtes Team, für die Mitarbeiter, für die Gäste, aber auch natürlich für die Einwohner, hier zum Beispiel auf der Insel Usedom, es gesund, vernünftig weitergeht. Darum, wir freuen uns riesig, aber wir sehen da auch eine riesige Verantwortung, die uns auferlegt wird, berechtigterweise, mit der wir sorgfältig umgehen müssen. Nutzen wir die Chance, freuen wir uns, dass es wieder gute Pizza gibt, dass wir hochmotivierte Mitarbeiter wieder haben werden und dass wir eine tolle Zukunft machen, das Beste daraus machen können. Ich glaube, wir haben da eine gute Chance. Passt aber auf, denn wir gemeinsam sind dafür verantwortlich, was daraus wird. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, wünsche Ihnen allen zusammen viel Hoffnung, dass wir das Beste daraus machen können. Sie wissen, Usedom als Gäste ist immer eine Reise wert und wir haben hochmotivierte Arbeiter und Mitarbeiter, die um ihre Sicherheit sich sehr viele Gedanken gemacht haben und diese auch erfolgreich umsetzen würden. Ich freue mich auf unseren nächsten Termin. Bis dann! Und jetzt geht's wieder weiter.